Gute wie zu hell dragon lp ja ich begrüße euch endlich mal wieder lang hat es gedauert zu einem weiteren player review und zwar habe ich mir sozusagen für das comeback den mario ball telly in der european heroes variante ausgesucht habe hier in dem 4411 ganz vorne spielen lassen und ja nicht wundern es geht ein bisschen anders los nicht mit der übersicht sondern ich zeige euch dass ich diesmal die spiele in der liga gemacht habe und das in liga 3 und habe alle vier spiele gewonnen relativ deutlich sogar warum es nur vier spiele geworden sind das werde ich euch noch erklären nur damit der beweis da ist auch hier noch mal liga 3 dass ich kein freundschaftsspiel oder sowas gemacht habe schauen wir auf seine werte und da sehen wir 72 aggressivität ein 83er stellungsspiel 84 antritt sucht euch wie immer euren euren tollen wert raus was man halt noch auszeichnet ist sein 99er elfmeter genauigkeit eine stärke von 89 finishing 84 und so weiter vier sterne schwager fuß vier sterne spezialbewegung hatte auch noch der distanzschütze power freistoß und flair hat er dann auch noch dazu ja warum wird dieses player view etwas ganz besonderes sein das werdet ihr zum schluss herausfinden nicht nur weil es endlich wieder ein player review überhaupt von mir gibt sondern mario ball telly habe ich heute gespielt und zwar auf der playstation 4 wie immer mit dem neuen patch vielleicht hat das ein bisschen was geändert ich weiß es nicht und mag das jetzt auch hier an dieser stelle nicht beurteilen kommen wir jetzt erstmal zu mario ball telly 84 antritt 84 endgeschwindigkeit ja für einen stürmer mit dieser stärke von 89 und seiner größe mit 189 ist das absolut super und perfekt er hat ein bisschen ist ja manchmal ein bisschen zögerlich was seinen antritt angeht aber ansonsten ist das eine ganz ganz feine sache zumal jetzt schon in ersten 10 gesehen habe wenn er mal verteidiger dann vorbei ist wo er sich halt auch ganz gut durchtanken kann dann ist er eigentlich ja nicht mehr aufzuhalten kommen wir dann direkt mal zu seinem stellungsspiel da hat er eine positionierung von 83 nur denn ich muss sagen was ihn ausgezeichnet hat in allen spielen war seine positionierung seine laufwege die waren wirklich überragend schaut euch das hier an natürlich macht er auch der gegner einen fehler indem er halt mit die lücke reißt aber ball telly startet direkt in diese lücke er erkennt sie und startet rein und das trotz seiner low low work rates die er hat überragend dann hat ein finishing von 84 auch hier muss ich dazu sagen dass ich das definitiv so nicht unterschreiben möchte denn er hat eigentlich nahezu ja alles rein gemacht was im strafraum zu verwerten war möchte ich ein bisschen höher ansetzen seine schusspower von 92 kann ich so unterschreiben long shots 82 bin ich nicht wirklich dazu gekommen aber er hat halt einen saftigen schuss das ist ganz klar voll ist 85 das geht vollkommen in ordnung so wie der wert angegeben ist ich habe auch ein volitor erzielt so mehr oder minder passt das auch hervorragend in seinem tripling hatte 88 ballkontrolle 91 eine beweglichkeit von 83 und auch hier muss ich sagen mario ball telly ist trotz wie gesagt 189 körpergröße und trotz dieser stärke ja wenn man es in der relation sieht dann doch sehr beweglich und auch sein tripling ist sehr gut aber das muss man immer halt man kann jetzt halt nicht mit nur 169 ins in oder 169 der glaube ich in sieg mir vergleichen das ist halt nun mal nicht sondern er ist halt trotz allem noch ein panzer hat mir aber sehr sehr gut gefallen ich komme mal kurz auf seine stellung auf seinen kopfball zurück 78 auf der karte hat aber zwei kopfballtore für mich erzielt also ist dies auch ganz ordentlich hier seht ihr auch dass es einen vorteil haben kann oder was halt mario ball telly auch noch auszeichnet sind halt seine vier sterne skill moves die er halt noch hat was kann ich zu ihm noch sagen er hat eine balance von 58 ich muss sagen er ist eigentlich bei mir seltenst hingefallen oder wurde irgendwie aus der balance gebracht auch das kann ich so nicht unterschreiben hier seht ihr aber auch noch mal wie er das so ein schönes beispiel eigentlich am tor gewesen wie er sich hinter dem verteidiger dann tatsächlich diesen laufweg rausgesucht hat und hier weiß ich halt nun mal nicht ob das was mit patch zu tun hat oder ja oder auch einfach mal mein glückstag ist und sowas halt mal funktioniert hat mario ball telly ist immer vorne zu finden in diesem 4 4 1 1 zumindest er hat nie zurückgearbeitet warum sollte auch mit niedrig arbeitsraten nach hinten aber und das ist halt was ich schon ein paar mal wiederholt habe diese laufwege nach vorne ohne diese hocharbeitsrate nach vorne ist er immer wieder in die spitze reingestartet und wie immer bei meinen player reviews habe ich keine einstellungen vorgenommen sondern habe ihn so gespielt wie er halt rausgekommen ist einziger unterschied zu meinen sonstigen player reviews er hat dadurch dass er ja schon häufiger auf dem markt war habe ich ihn mit dem hunter chemistry style gespielt normalerweise habe ich in der vergangenheit immer weiter darauf gelegt dass die spiele ohne chemistry style getestet werden hier war er halt mal mit hunter auf jeden fall merkt ihr dieses player reviews ein bisschen anders da aufgebaut wie sonst weniger chronologisch auch von den bildern her weil ihr einfach ein tor nach dem anderen sieht und das ist einfach ja ich kann es mir nicht erklären und hier kommt halt der knacktos punktus ich habe nur vier spiele gemacht weil er in diesen vier spielen 14 tore geschossen hat mario ball telly ist für mich wenn es nichts mit patch zu tun hat der beste stürmer den ich bis jetzt gespielt habe denn er hat einfach die bälle vorne eiskalt versenkt und ja ich habe liga gespielt und ich bin jetzt wirklich kein pro spieler oder irgendwas ganz super duper toller fifa spieler es war einfach sehr sehr einfach mit ihm da vorne drin er hatte natürlich gute leute hinter sich die ihn dann hervorragend gefüttert haben mit bellen aber das muss ein spieler vorne rein machen und ja ich lehne mich aus dem fenster ich glaube dann doch ein bisschen dran dass da auch der patch was mit zu tun hat denn er hat vorne die bälle einfach eiskalt versenkt und nicht wie es sonst in der vergangenheit auch mal vorgekommen ist bei manchen spieler dass der ball am fosten gelandet ist das war's von mir ich hoffe es euch gefallen mit euch gefallen lasst daumen nach oben da schreibt was in die kommentare und dann bleibt mir nicht mehr wie immer zu sagen macht's gut und ciao